recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind bei city skylines in der folge nummer 49 ich musste gerade den mod nicht deinstallieren aber deaktivieren einfach aus dem grund weil ich das spiel einfach nicht geladen kriege und ich sehe so ein bisschen da das punkto ja das wird nicht mehr so gut laufen wenn ich jetzt diese mod nicht mehr da habe dann ist das ein bisschen ärgerlich und da ich das irgendwie nicht hinkriege dass das vernünftig rund läuft ohne diesen also mit dem mod dann bin ich jetzt wirklich am überlegen ob das jetzt hier unsere vorletzte folge ist und ja wir werden dann in der nächsten folge vielleicht von euch hören was ihr davon haltet ob ich das unbedingt weiter spielen sollte ohne mod oder ob was komplett sein lassen sollten das müssten wir dann mal überlegen hier fehlt es irgendwie an strom dann machen wir lieber von hier nach da den masten rüber oder geht das selbst das ist immer noch schwierig hier guck mal da geht es geht es dann da auch da wird es so gehen aber hier geht es dann nicht auch gut doch da geht es ja gut dann setzen wir den da hin und dann passt es oder ok strom sollten sie jetzt hier kriegen ja sieht gut aus und dann hauen sie auch nicht ab alles klar dann haben wir das erledigt mit dem strom wir hatten letztes mal von einer buslinie gesprochen dann wollen wir mal gucken wie weit das mit der buslinie ist ich glaube hier fehlt es komplett an buslinie wahrscheinlich ja hier ist gar nichts hier ist die verbindung noch da noch da sehr schön machen wir mal da eine buslinie hin machen wir mal da eine buslinie hin und hier und hier und hier und da und da und da da das ist spannend jetzt hier ne machen wir mal hier eine hin dann machen wir da eine hin machen wir da eine hin hier eine hin so und dann geht die reise ganz weit weit weg oder wie ist das ne über die autobahn dahin nach da wow äh ja wo dreht er denn dann um da ja oh ok das heißt er würde jetzt hier hin fahren ne auf der seite da hin fahren und er kann dann hier zurück kommen ne wäre jetzt auch nicht verkehrt oder ja wir sollten vielleicht ein paar fußwege hier einbauen wo sind sie da die wir ja noch gar nicht so drin haben oder dann können die da alle so rüber gehen ne macht vielleicht Sinn oder da ist schon alles ok aber hier würde ich es dann auch nochmal machen von da nach da ist klar und von hier vielleicht noch nach da macht Sinn und wenn wir da schon sind dann können wir ja auch hier nach da machen ne dann geht das auch und von hier könnte man einen weg nach da machen wo wäre das hier sinnig gute frage ne ja hier geht es gerade ziemlich schlecht das zu machen ich weiß jetzt nicht ob der angeschlossen ist wahrscheinlich nicht weil diese straße nicht zu ende ist so mal gucken dass wir die straße gerade machen ich glaube das ist diese hier machen wir gerade so ein stück weiter dann ist auf jeden fall der weg angeschlossen so ok ja das war soweit ok dann haben wir jetzt die buslinie gebaut ja die fährt hier hin und her wird aber nirgendwo abgeholt ne das ist das nächste haha hier ist ein tunnel also die können jetzt hin und her fahren intern hier ne aber nichts woanders hin das müsste man dann überlegen wie man dann da hinkommen ne einen Hafen könnte man hier bauen tja aber wir hätten keine chance hier eine Farbe zu bauen in der hinsicht dass wir das organisieren hier oben ist Enderner bringt also nix Straßenbahn eine U-Bahn einen Zug ja baust du den Zug dahin bringt auch nicht so wirklich die U-Bahn wäre es gewesen dass man die da baut oder da geht die Linie so rum die fährt aber auch dann nach da hinten müsste sie dann nicht dann müsste man ja nur einen Umsteiger haben wäre dann zu überlegen aber hier kann man ja auch dann wieder mal keinen U-Bahnhof da hin bauen hier würde er gehen was bauen wir denn gerade U-Bahn U-Bahn Station erhöhte U-Bahn Station ne unterirde Spahn Station das wäre unser Ding ne 15.000 wäre da zu bauen und hier irgendwo zu bauen wo würde man das hier am besten hin bauen gute frage ne ah da 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 ist aber leider kein Ding ins oh warte mal rein gescrollt hier war doch gerade kaputt oder nix kaputt hier drüben ist aber was kaputt der geht da aber nicht leider wie der Teufel so will Birkenpark auch nicht da war es gerade grün ne die Marke auch nicht hm gut dann würde ich sagen machen wir die Straße hier einfach ein Stück länger und dann bauen wir es da dran geht ja auch oder willst du hoffen ne das kann ja nicht sein oder Gefälle zu steil gerade bei so einem unterirdischen Ding ist das Gefälle zu steil da guckt oben nicht ganz viel raus ne da man 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 so dann wollen wir mal gucken ob hier auch das Gefälle zu steil ist ist schon der Hammer dass es nicht geht oder krieg ich da nicht hin ja guck mal hier ist kein Gefälle zu steil alles klar das sind Helden jetzt müssen wir noch gucken wo hier eine Haltestelle in der Nähe ist hier gehts auch dann gehen wir da hin zack fertig so das haben wir und dann müssen wir noch hier sind wir zwischen gelandet naja und dann müssen wir da hin auch da ist ja schon ein Stück gut das bedeutet jetzt ob man gleise bauen war dann da habe ich was verpasst ich würde jetzt gerne nicht oberirdisch bauen sondern unterirdisch bauen wie kann ich das denn jetzt bitte schön dann anschließen mit hier ist doch gar keine Röhre hier irgendwas verpasst mit dem auswählen ich kann keine unterirdischen Gleise mehr bauen oder wie verstehe ich das jetzt hier das ist doch hier eine U-Bahn-Station oder ja ist einer und hier ist ein Endbahnhof ist auch klar und wo ist hier bitteschön jetzt mein Gleis für den Tunnel Quelle zu Stahl jetzt kriege ich das hier unterirdisch nicht darüber gezogen hier da kann ich eine 180 Grad Kurve fahren das geht dann fahren wir da so lang oder wie sehe ich das so wir müssen mal gucken dass wir darüber erst kommen Hammer oder so jetzt hat es gefruchtet ne super oder so und jetzt muss ich die Linie noch haben ach wir haben schon zwei U-Bahn-Linie dann können wir hier auch jetzt eine dritte bauen dann können wir auch eine dritte bauen so nach da und von hier wieder zurück nach da und dann wieder hier lang und schließen wir hier das ist doch jetzt nicht wahr oder ich würde es gerne schließen ne Linie schließen ja würde ich jetzt gerne machen wenn es denn geht ist gerade busy das Spiel oder was okay dann machen wir das mal von hier und gucken ob das geht und wieder zurück Zwischenhalt hier anhalten geht nicht will er nicht Linie schließen geht hier nur tja was das wieder ist weiß keiner so ich pause nochmal hoffe es geht ja ich wollte nicht schließen ne aber er hat es trotzdem gemacht gut dann probieren wir es da hinten anzufangen letzter versuch jetzt da lang und dann darunter diese komische S-Kurve so wie eine Rodelbahn Haltestelle hinzufügen aber das interessiert ihn hier gar nicht ne ja leider kann ich hier keine Haltestelle hinzufügen weil er das irgendwie nicht mag ne das ist doch jetzt wirklich nicht schön oder und jetzt kann ich hier wieder zwar meine ganze Linie bauen ja das ist jetzt wirklich verteufelt kann ja nicht sein dass ich jetzt noch eine Linie da nicht bauen kann und jetzt muss ich sie schließen können fertig die mir abschließen bitte ja mach es warum tut er das jetzt nicht warum tut er das jetzt nicht warum tut er das jetzt nicht ja das ist auch so ein Bug-Ding oder was das ist doch nicht schön oder da hat er jetzt auch nichts gemacht nö vollbar geht das Spiel ja ich glaube wir kommen nicht mehr zu Folge 50 mit diesem Spiel ne weil das ist jetzt wieder so ein Punkt wo ich sage meine Güte es kann doch jetzt nicht sein dass es nicht funktioniert oder muss ich jetzt hier den Bahnsteig erweitern dass das geht oder was kann ich es erweitern das ist die nächste Frage ich glaube nicht ne das geht ja nur beim Dingensgleise erweitern meine ich oder neue Linie hinzufügen ja möchte ich machen und dann möchte sie hier schließen aber das geht nicht er mag nicht mich hier schließen lassen wahrscheinlich weil hier zwei Züge gleichzeitig fahren oder sowas keine Ahnung so jetzt habe ich den Punkt daneben erwischt vielleicht geht es ja jetzt ich glaube es aber nicht ja das ist jetzt wirklich so ein Ding wo ich jetzt langsam aufgebe dann ne das macht keinen Spaß sowas warum kann ich jetzt hier die Linie nicht schließen ein Linksklick hier drauf und es müsste doch gehen oder so weg damit rauszoomen nächste Station hier rein reinzoomen neue Linie hinzufügen machen wir so mal da geht es da geht es da geht es da auch jetzt zurück geht und jetzt sind wir das Problem oder ja hier diese Haltestelle mag jetzt nicht mehr und wenn ich jetzt hier hingehe kann ich sie schließen weiß ich nicht ne geht auch nicht alles für die Katz Leute ich bin jetzt 20 Minuten hier unterwegs und möchte nur eine Linie bauen und es geht nicht und ich bin ziemlich frustriert mit dem Spiel mittlerweile schon alleine dass dieses Mod nicht mehr ging und ich denke aber das war es für dieses Game leider wenn einer ganz dringend das möchte dann soll er doch so bitte in den Kommentaren schreiben dass wir das weitermachen und sonst würde ich es aufs Eis legen und überlegen dass ich da an dem Tag weiß ich nicht ein anderes Let's Play starte oder ein anderes dafür erweitere sozusagen das muss ich dann mal gucken wir haben auf dem Tag hier ja noch Oxygenot included dann würde das vielleicht jeden Montag kommen anstatt zwei mal von drei mal das müssen wir dann mal gucken okay ich würde erstmal sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht das falls ihr noch den Daumen nicht hochgeklickt habt dann macht das auch hilft mir ziemlich weiter gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen die Kommentare die wünsche ich ganz gerne jetzt hier mal gerade weil das sollte uns dann weiterbringen ob wir das mit diesem Spiel noch versuchen sollen oder nicht wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao Ciao